Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Astrid von Kenhub und heute besprechen wir die Anatomie, die Definition und die Funktion des Humerus. Der Humerus oder Oberarmknochen ist ein langer Knochen, der den Ellenbogen mit der Skapula verbindet. Zudem dient er als Ursprungs- und Ansatzfläche für zahlreiche Schulter-, Oberarm- und Unterarmmuskeln. Bestimmt hast du dir auch schon mal den Musikantenknochen am Ellenbogen gestoßen. Das kann ganz schön wehtun. Im englischsprachigen Raum spricht man dann von einem Schlag auf den Funny Bone, wobei das Ganze wirklich nicht witzig ist. Die Redewendung kommt daher, dass man sich genau genommen den Humerus stößt. Humerus klingt nun sehr ähnlich wie das englische Humerus, also witzig. Ein Mediziner-Wortwitz also. Lasst uns einige der anatomischen Eigenschaften des Humerus besprechen. Hier seht ihr den Kopf des Humerus. Caput humeri auf Latein. In Ruhestellung ist er nach Kranium medial gerichtet. Er artikuliert mit der Cavitas glenoidalis, der Skapula, und bildet somit das Glenohumeral-Gelenk, auch Schultergelenk genannt. Die nächste Struktur des Humerus ist das Column anatomicum, also der anatomische Hals. Er ist hier in grün dargestellt. Der anatomische Hals läuft zwischen dem Kopf und dem Schaft. Zwei charakteristische Merkmale am Übergang sind diese beiden Höcker. Auf dem linken Bild siehst du den großen Höcker des Humerus, auch Tuberculum majus genannt. Daneben rechts liegt der kleine Höcker, hier in grün dargestellt. Er wird entsprechend auch als Tuberculum minus bezeichnet. Beide dienen als Ansatzpunkte für wichtige Schultermuskeln. Etwas darunter befindet sich ein zweiter Hals des Humerus. Er wird chirurgischer Hals oder Column chirurgicum genannt. Das ist eine schmale Fläche unterhalb der Höcker, wo es besonders häufig zu Knochenbrüchen kommt. Der chirurgische Hals befindet sich in enger räumlicher Nähe zu zwei weiteren wichtigen Strukturen, dem Nervus axillaris und der Arteria circunflexa humeri posterior. Nach dem chirurgischen Hals folgt der längste Abschnitt des Humerus, der Schaft oder das Corpus humeri. Er ist anfangs rund und nimmt distal eine eher dreieckige Form an. Am distalen Ende weist der Humerus einige charakteristische Merkmale auf. Eines davon ist der laterale Epikondylus. Dieser Knochenvorsprung befindet sich lateral vom Capitulum humeri und dient den vielen Unterarmexzensuren als Ansatz. Dieses Video ist noch nicht zu Ende. Schau dir jetzt das vollständige Video auf Kenhub.com an. Für unsere Kenhub Premium-Mitglieder stehen noch viele weitere Videotutorials, spannende Quizze, ausführliche Artikel und professionell erstellte Atlas-Illustrationen bereit. Also, klicke auf den Button in der Mitte, um das Video in voller Länge zu sehen und meistere die menschliche Anatomie.